Seekadett Easy Wahrhaftiger Bericht seiner abenteuerlichen Kreuz- und Querzüge zu Land und See, aufgezeichnet von Captain Frederick Marriott. Erstes Kapitel, in welchem der Leser von einem Philosophen und seiner Frau erfährt. Nicodemus Easy war ein Gentleman, der tief in Hampshire wohnte. Er war verheiratet und lebte in sehr behaglichen Umständen. Kinder hatte er nicht, er trug jedoch großes Verlangen, welche zu haben. Endlich, es war gegen Ende des elften Jahres ihrer Ehe, beklagte sich Mrs. Easy zum ersten Mal darüber, dass ihr Frühstück nicht schmecken wollte. Ganz sicher war sich Mrs. Easy der Ursache freilich nicht, aber sie glaubte, es könnte sein, denn eine Möglichkeit wäre es doch immer. Endlich gingen auch Mr. Easy die Augen auf, und als er nun seine Frau katechisierte und die staunenerweckende Wahrheit herausfragte, gingen ihm die Augen noch weiter auf, und dann schnippte er mit den Fingern und tanzte wie ein Bär auf heißen Platten. Der lange Rede kurzer Sinn, es dauerte nur noch wenige Wochen, und dann lag ein schreiendes Etwas in der Wiege, die der Tischler von Forest Hill hatte anfertigen müssen. Nach langem Hin und Her, bei dem Mr. Easy seine Frau und Mrs. Easy ihren Mann mit Argumenten und Gegenargumenten traktiert hatte, einigten sich beide auf den Namen Jack, obwohl er im Grunde von keinem von beiden akzeptiert wurde. Die Zeit verging, die Wiese wurde bald zu klein für Jack. Er lernte Laufen und Sprechen, aber was er sonst noch lernte, erfüllte Dr. Middleton, den Arzt der Familie Easy, mit Bedenken. Obwohl in Forest Hill, dem Besitz des Mr. Nicodemus Easy, vieles drunter und rüber ging, gab es doch nirgendwo Mangel. Im Gegenteil. Und so wurde denn unser Jack unter Vorantritt der Frau Mama gehätschelt und gepäppelt und, nennen wir es ruhig beim rechten Namen, weidlich verwöhnt. Jack bekam alles, Jack durfte alles, Jack hatte alle Rechte, nur Pflichten hatte er nicht. Waren die Erziehungsmethoden, der Mrs. Easy durch Zuckerbrot gekennzeichnet, so die des Hausherrn Mr. Easy keineswegs etwa durch die Lapeitsche. Nein, ganz und gar nicht, denn Mr. Easy war ein Philosoph, der Gewalttätigkeit rundheraus ablehnte. Aber er war nicht nur Philosoph, er war vielmehr, er war Weltverbesserer. Und er hatte auch das unfehlbare Mittel zum Weltverbessern fast entdeckt. Das Wörtchen fast müssen wir hier einschieben, weil irgendetwas an der unfehlbaren Methode des Mr. Nicodemus Easy noch nicht so recht funktionierte, zum größten Leidwesen des Erfinders und Philosophen natürlich. Der Gedanke war an sich verblüffend einfach. Mr. Easy Senior, Phrenologe seines Zeichens, Schädelforscher also, hatte herausgefunden, dass die Organe der Gutmütigkeit und Gewalttätigkeit, ihr Sitz ist im Gehirn, von verschiedener Größe waren. Leider war das Letztere viel größer als das Erstere. Was lag nun näher, als nach der Möglichkeit zu suchen, das zu ändern? Der Erfolg mußte ja durchschlagend sein. Von heute auf morgen gleichsam wären zum Beispiel alle Gefängnisse überflüssig geworden und von morgen auf übermorgen herrschte das Himmelreich schon auf Erden. Gleichheit und Menschenrechte, für die im nahen Frankreich und im fernen Amerika viel Blut geflossen waren, hingen, wie Dr. Middleton, guten Freunden augenzwinkert mitzuteilen pflegte, buchstäblich an einer winzig kleinen Schraube, die Mr. Easy, dem Philosophen, an seiner Maschine natürlich, und das mit ganz besonderer Betonung gesprochen, fehlte, um der Menschheit zu ewigem Glück und immerwährender Freude zu verhelfen. War diese Frage für Mr. Nicodemus Easy fast gelöst, so war sie es für unseren Jack durchaus ganz und gar. So wie er die Welt kennengelernt hatte, mußte sie ja, die Frage, gelöst sein. Jack hatte zwar den Reden und Tiraden seines Vaters nie allzu große Aufmerksamkeit entgegengebracht, dennoch aber waren sie bei ihm auf fruchtbaren Boden gefallen. Und er interpretierte die Lehren seines Vaters so, dass er sich nahm, was er brauchte, und das tat, was er wollte. Kleinere Schönheitsfehler in diesem unfehlbaren Weltsystem mochten hin und wieder noch auftreten, sie zeugten jedoch nur von der Richtigkeit dessen, was Mr. Easy anstrebte. Dr. Middleton hatte nämlich nach vielen Mühen zustande gebracht, dass Jack zur Schule ging. Und was er dort erlebte, das war einer von diesen unwesentlichen Schönheitsfehlern, auch wenn sich diese Fehler für Jack recht schmerzhaft auswirken, weil Mr. Bonnie Castles des Lehrers Argumente äußerst schlagkräftig waren und Jacks Vorstellungen von Gleichheit und Menschenrechten nicht gelten lassen wollte.